Ich werde mich noch mal bewerben. So, jetzt fahren wir hier jetzt. Das war nix. Das passiert schon mal. Das war jetzt ein Kopfstand. Das war ein Püttelgewinner. 2 Meter, 1 Meter, 1 Meter, 60 Kilo Gewicht. Das muss sein. Was habt ihr als Strecke? Was das ist? Die Strecke muss sein. Genau. Was ich vorhin schon mal kurz angesprochen hatte, so habe ich dann daheim. Auch vom Graf. Das ist auch ein, wie sagt man, Voll EFK, Glasfaser, Kunststoff, Flugzeug. Ich fuche immer noch afrikanische Daten, der Focke-Wulf. Da gibt es eigentlich zwei Hersteller. Also der eine ist Airworld, der so ein Ding herstellt. Der andere ist Sist. Und entweder ist es eine Sist Focke-Wulf oder eine Airworld Focke-Wulf. Ansonsten gibt es noch die Tschechen, der... Was ist denn? Tschechische Hersteller, der Focke-Wulf. Es gibt drei Hersteller. Focke-Wulf. Focke-Wulf. Kriegen wir vielleicht noch raus. Nö. Kriegen wir nicht raus. Nö. Mohannes, was da war? Ich höre, es ist ein Airworld Modell. Ist es eine Airworld? Airworld Moke 250. Wir haben Airworld aus dem hessischen. In der Nähe von Frankfurt, beheimatet. Einer der letzten deutschen Hersteller. Wenn man das mal googelt, wie viele können wir das hier habe. Also, wir sind auf dem Flugzeugkontaktion und mit dem Flugzeugkontaktion und Erwittmungen, die wir bis heute an den Flugzeugkontaktion haben. Wir haben uns überlegt, also ein Stück drinnen aus dem USA, wieder geflogen mit Herrn Corsairs, um die Flugzeuge in Eschenbach, glaube ich, weißt es, wagen, Eschbach, genau, in Eschbach wagen zu lassen. Ein ganz toller Betrieb, ich durfte den mir vor ein paar Jahren mal anschauen. Also, wenn sie das nächste Mal in Basel unterwegs sind, mal die Augen aufhalten, kann passieren, dass ihnen da eine Focke Hof entgegenkommt. Ja, natürlich nicht so ein Ding. Sie wusste da, man muss sagen. Ja, natürlich. Ja, rein vom Fliegerischen her machen die Flugzeugkontaktion wirklich sehr viel Spaß. Sie sind sehr dynamisch unterwegs, kann man Kunstbuch mitmachen, toll ausbauen. Sie sind sehr, 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 sehr gut, so ein bisschen zu kleinen Aluminumniten, so Farbtöne, etc. Wir haben bei uns im Verein, oder ich fliege mir lesen, Kaltriff, das tun 5 von den Längen, einfach von Lizenzauten, wo wir das dann ausgehen. Da waren wir dann bei 15.700 Flugzeugen, in den Jahren 39, 40, wo man von Freude fliegt noch, das ist gut zu sein. Also in den Staaten drüben sind einige, die werden von Liebhabern gepflegt, gewartet, repariert, mit teilweise enormen finanziellem Einsatz. Gucken Sie mal da von links von der Hutschrauber in den Tieflug ran. Ich denke, das Hut leider hat das auch im Griff. Die Huttmücher sind bereits geplant, die wir im Parlament in den Tieflug haben, wo ausgefahren sind, das in den Tieflug sieht aber auch das Gerne immer aus. Ich dachte, das ist schön, ja. Dann sehen wir auch, wo das, oder was das jetzt kamen. Sehr schön gemacht. Er hat sich nicht alles gut gemacht. Er hat sich nicht gut gemacht. Er hat sich nicht gut gemacht. Er hat sich nicht gut gemacht. Ich habe jetzt nur noch eine Chance. Es ist eine gute Chance. Eine Art Schaff. Oh Gott. Kannst du uns erst die Fahrkurve angucken? Wir waren jetzt auch bekannt. Der war auch relativ schnell an. Wir sprungen. Sieht ihr sie gerade? Er sitzt auf. Perfekt gemacht. Vielen Dank ihr beide. Super gemacht. Steffen und Karl-Heinz Jenta.